Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ich bin hier heute bei Marcel zu Hause auf jeden Fall. Hallo. Und ich habe auch noch den Max dabei. Was geht das? Und wir werden heute eine kleine Challenge machen. Ich denke, das kennt ihr alle schon. Ich werde einfach in den Team Deathmatch gehen, werde spielen, bis ich dreimal gestorben bin. Dann werden wir die Plätze wechseln. Entweder ist dann Marcel nach mir oder Max. Und am Ende hat dann quasi der gewonnen, der halt die längste Streak sozusagen am Laufen gehabt hatte. Ist, denke ich, eine ganz coole Sache. Ich würde sagen, wir hüpfen ins Game. Oh, let's go. Okay, spielen wir das? Ja, das spielen wir. Komm, die Lobby geht auf jeden Fall noch klar. Wenn die zu schnell geht, dann spielen wir einfach noch eine zweite. 666 habe ich schon umgestellt. Aber daraufhin jetzt. Ich habe das Spiel so lange gespielt, das ist nicht mehr normal, Alter. Oh, shish. Okay, 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 den werde ich mir auf jeden Fall hier oben easy snacken. Aber Headslaut setzen. Na, diga, das passt schon. Zeit kriegen wir nicht mehr. Easy XP, meine Freunde. Kennt ihr das, wenn man manchmal so... Was heißt, Raid? Okay. Kennt ihr das, wenn man manchmal so ohne Games noch besseres Aim hat? Ich weiß nicht, das hört sich so dumm an. Ich kann FIFA ohne Games noch glaube ich 3000 Mal besser spielen. Ja, das ist irgendwie... Bei COD ist das bei mir auch so. Ich werde sterben. Ich glaube, dass man sich vielleicht dann auf andere Sachen konzentriert. Ja, ich glaube auch. Weil der Sound kann halt auch übelst oft ablenken. Okay, Zweier-Streak. Ah, diga, so... Ich weiß nicht, bei Max, da muss ich schon aufpassen. Ich glaube, Marcel ist momentan nicht so... Ich bin nicht in Form, Leute. Schönes Gesicht. Ist nicht so in Form. Ich habe auch nicht, diga. Ich spiele nur Fortnite. Ja, stimmt. Oh. Aber wenn man Fortnite gespielt hat, dann hat man danach so geiles Aim in COD. Ja. Weil es so lustig ist. Ja, ja, das ist aber richtig weird, wenn das 40-60-60-60 ist. Ja. Nein, 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 tötet mich nicht, diga, tötet mich nicht. So, gehst du in den Kissen? Ja. Komm her. Uhhh. Hältst nicht, wenn ihr euch ein 60er-Face-Video anguckt und denkt, das ist lustiger als selber spielen. Das ist halt keine Illusion. Das ist halt so. So noch ein, dann bin ich dran im Uhrzeig. Oh, Zweier-Streak. Zweier-Streak. Äh, der Schießschwarm. Ich weiß nicht, ob er mich schon gehittet hat. Nein. Oh nein. Du sagst, gestern hast du mich angelogen, diga. Du aimst nie rein mit dem Spur. Ich glaub, 5 war Streak, ne? Ja, logischerweise. Okay. Let's go. Schnell wechseln. Wir nehmen alle eine unterschiedliche Sensi. Aber der erste Tod, wenn ich jetzt direkt einen kriege, zählt nicht. So, okay. Hab ich unklar. Ah, ihr zielt ja alle hinten, man. Ihr seid doch alle... Ich glaub, Max schießt auch vorne. Also er ist R1. Ah, nein, nicht links. Wenn du das für mich bist, Domme. Ja, hinten. Wegen dem Trigger-Stuff. Drohne, dankeschön, Domme, dafür. Kein Problem, diga. Das ist natürlich jetzt ein harter Vorteil für Marseille hier an der Stelle. Digga, ich weiß nicht mehr, wie man steuert. Okay, stimmt, was er jetzt gar nicht und du hast dann automatisch verloren, Max, weil du nur das Freak hast. Digga, challenge den doch, man. Wow. Okay, das war schon mal ein intenser Kick, quasi. Was ey, Spannungsteig. Oh. Da, nehm ich lieber hier ganz schnell. Der da, ich xx-tianax mit RIP im Klantik, aber ganz schnell. Digga, ich weiß gar nicht, wie man das Spiel spielt, Digga. Oh Gott, Leute. Zweiter Kill. Let's go, digga. Wenn du mich, wenn du mich jetzt direkt bei dem ersten Trial besiegst, Digga, dann, dann, keine Ahnung, dann darfst du dir was aussuchen, was ich in meinem nächsten Video sagen soll. Okay. Und wenn du jetzt sechs Killst, also noch vier Killst quasi machst. Digga, ich hab Angst, die immer noch nicht. Ich will einen ja auch noch spielen. Spann die hinter mir, Alter, ja. Okay, er braucht noch drei Killst, nein, nein, nein. Das war mein, achso, damit ich da führe, sozusagen, ne, weil zwei Killst ist es geil. Ja, wenn du jetzt drei, doch die Spannlings, das sollten die ja auch kriegen. Ja, wenn du jetzt drei Killst machst, dann darfst du mir einfach irgendwas sagen, was in meinem nächsten Video sagen soll. Okay, die Leute wissen es dann halt einfach nicht. Wir machen einfach noch eine zweite Runde, damit Max auch noch spielen kann. Ich will nämlich jetzt nicht mehr sterben, Leute. Du spielst so darauf jetzt, Digga. So frech, ich hätte was ich sagen sollen. Ich glaub, der steht da übrigens immer noch im Headfield, ja, ne. Der kriegt den Namen, ah, Gegner, nein, hinter dir natürlich ist es sogar einer. Ah, der hat der Team-Mate schon so geschlachtet. Der Team-Mate hat den schon geholt. Der German-Switch hat ihn so wegge-ennnihilated. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier da ein... Guck mal, einmal such ich bei Marcel, man kommt direkt ins bessere Team, wenn man nachjoint. Noch nie sowas gesehen. Oh, oh. Das passt nicht mehr zu der Reihe. Nein! Okay, okay, ich bin fein raus, Digga. Das war mein erster Toten, oder so. Ja, ich sag dir, First-Try. Ach so, nur First-Try-Z. Ah, der ist nicht mehr. Digga, nice. Das ist jetzt so krass, ne. Marcel spielt so ganz anders, so viel sicherer irgendwie. Also so, so. Ja, ich hab grad ne... Ich hab grad ne... Ja, weil ich aber auch keine Hände hab. Ja, ich hab grad ne... Ja, weil ich aber auch keine Hände hab. Das ist krass, warum ich da hab. Ich bin echt, Leute... Also wirklich, ich hab so lange keinen Black Ops 3 mehr online gespielt. Das ist wirklich absolut krank. Das ist echt so, ne? Digga, das ist die längste Zeit, die ich keinen COD gespielt hab. Ich meine, das ist keine Ahnung, seit 2011 oder so. Alter, krass. Von wie hier? Bei mir waren jetzt auch die letzten zwei Tage die längste Zeit. Maaaah. Tja. Oh, ich hab aber auch. Das ist echt so. Konter-Drohne fickt direkt so mein System gerade. Weil ich seh auch keine Teammates. Okay, eventuell ist Max Flexiger noch dran, dann macht er so richtig die Hotstreaks so direkt. Macht so sieben Kills noch, die letzten sieben. Holt sich alle mit ner Abschlusskette. Ja, ne. So'n Mega-Abschluss. Okay. Okay, 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 okay. Digga, wo sind diese... Digga, ich glaube, da ist nur einer drin gerade. Ich rück noch mal Dings. Na, jetzt kommt keiner. Jetzt kommen die Entlädte. Komm schon, Digga. Ich bin gespannt, ob du das hast. Jetzt sind noch mal bei dem Neha-Drenner-Mobie-Kopf. Gibt einen am Stein, oder? Ja, ich bin gespannt, ob du das hast. Das geht ja hinten am Stein, oder? Ja, ich bin gespannt, ob du das hast. ja der stand da ok ein kill noch, du hast noch 11 to go quasi und du brauchst wieviel brauchst du? 5 noch 5 genau ok 5 von 9 Digga ok 4 von 8 ich glaub Max schafft das sogar ja hinter mir war noch einer anlacken jetzt kannst du nur noch auf den gleichen Stand kommen komm Teammate mach ein kill man ich hatte 3 ne oder nicht 4 äh 4 ja ok für Teammate hat ein kill gemacht ah let's dann würde ich ja direkt sagen der Typ mit der nächste Runde geht dann kann man hier einen schön gediehenen Cut machen würde ich sagen die nächste Runde fängt dann einfach würde ich sagen fängt einfach Max an ich bin dann zweiter und Marcel dritter ok die nächste Runde ist am Start Max ist wieder am Controller er hat jetzt wieder 3 Leben quasi ja also wie im Super Mario hat man da 3 Leben genau danke jetzt für diesen Kommentar also Max darf jetzt wieder 3 mal sterben hat 3 mal die Chance in eine Speak zu kommen und äh Marcel und ich dürfen das dann quasi toppen und äh Marcel und ich dürfen das dann quasi toppen ist nach dem neuen Leben die ne Katze ja das sagt man doch oder sie 7 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 8 8 8 8 10 12 12 12 15 9 9 13 10 12 12 11 12 13 15 14 15 15 16 30 Ja, ja, warte, ja. Okay, let's go. Marcel, du danach oder ich? Was ist denn los? Griffin, Digga, hör doch auf mit dem Scheiß. Er hat schwarzen Klanten, Digga. Guckt es an. Boots! Ja, Gri... Oh, Griffin, Alter, Griffin! Griffin ist der krass, aber er hat bis jetzt in keiner Kick am Einschuss, ey. Okay, Griffin. Ich hab's so direkt am... Nein, ihr habt es umgestellt. Fick mein Leben. Und es ist auf 7-7 oder so. Ja, 7-7. Spielts einfach Max-Settings. Echt? Ja, sicher. Hast du einen OG-Nation zu erleichtern? Wow! Also richtig den Taurus-Mut. Wollt' auch grad sagen. Okay, du hattest zwei, Max, ne? Ja, glaub schon. Okay, warum Taurus da die beiden Kills gewasst hat, das war unglaublich. Das war so krank. Wir erst chocken, dann... Da ist der beide tot, den einen von vorne einfach. Das ist ein Nasenbrecher. Wo ist der... Wenn du einen triffst, ne? Nein, er schießt schwarm auf mich! Aha. Okay. Oh Gott. Aber richtig. Oh Gott, oh Gott. Ich bin 3, ne? 3er? 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 4er? Ich darf meinen rechten Stick einfach nicht bewegen, wenn ich auf jemanden drauf bin, weil die Sensi mir jetzt viel zu hoch ist schon. Oh nein, das wird nicht so gut. Ist der Schwarm hier weg? Oh leil, er ist genau weggegangen. Ich dachte, ich bin reingelaufen. Ich dachte auch, er ist auf die 4er. Oh, auf was bin ich denn? 4er, ne? Ja. Komm doch! Digga, was macht der für Faxen? Ich... Oh, die Scheiße, Digga. Fünf. Fünf? Was denn? Oh... Okay, ein Leben hab ich noch, ne? Scheiße, Digga. Komm Digga, den gönne ich mir. Oh, den gönne ich mir so hart, Digga. Ich bin ein Freak-Kindler. Das war Gryffin! Gryffin, du bist so gut! Ja, Gryffin war einfach... Er spielt aber auch AN-94 Schnellfeuer. Okay, keinen war das. Komm Digga, ich will jetzt hier das Hot 2 Oak quasi haben. Ja. Also ich brauch jetzt wie viel, um zu führen? Sechs Post. Also wie eben. Ja. Ja. Es ist so geil mit der Manowar, wenn man nur so untappt. Teilweise. Und du spielst halt auch nur LV schafft das schon. Ich dachte, es wär Gryffin, ne? Es ist Gryffin! Digga, Gryffin hat jetzt die Sniper ausgebildet. Er ist der beste Spieler, wirklich! Ey, Gryffin ist wirklich der beste Spieler auf diesem Planeten. Hast du überhaupt umgestellt? Ne, auch nicht. Das stimmt, ja, ich spielte auch 7-7. Passt schon. Machen wir einfach. Das hat dich gehittet. Ey, Digga, okay, warte mal, nein. Jetzt für das letzte Leben hab ich jetzt vernünftige Waffe. Alter. Da steh ich jetzt nochmal um. Jetzt hier schön Zeit-Loop und jetzt wird ganz safe hier die Streak gesch... Nein! Was hat er gemacht? Er hat den Schwarm hier hingeschossen. Da hinten. Ah, danke dafür. Digga. Nice. Max wird so niemals Tempest spielen. Digga, was soll das? Man ohne Witz, Digga. Zwei Tone durchs Schwarm einfach. Ich hab noch nie wie Kain gespielt im Deck of the Zone. Max, Digga, Max, let's go! Second try! Okay. Sechs to go, Alter. Guck mal, was das für ne langsame Runde ist. 50 Kills bei 5 Minuten. Rest halt so. Ich hab noch Frankreich, ne? Die sieht so schön aus, Alter. Mit der Schneeblock-Tarnung. Ja, extra damit die aus, äh, die aus 2. Da gab's auch... Da war das... Da war das die erste Tarnung, ne? Oder die zweite? Ja. Okay, zwei. Drei. Alter, du bist ein Griffin, Junge. Warte, so ein Griffin. Da kommt jetzt so richtig. Der Malzweiler gab's. Der hat so... Digga. Selbst wenn du Griffin tötest, er hat Reject. Oh! Oh! Der ist knetig, aber er traut sich nicht. Knetig? Knetig? Bro! Da war... Ja, Alter! Das war Copy Pro, Alter. Copy Pro, Digga. Wenn da jetzt an einem Hacklet steht, hab ich keinen Brauch mehr. Der kopiert seine Technik. Ja, 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 ja. Wie heißt der? Iclawbrain kinasa. Da sind so viele Wörter hintereinandergereift. Das ist quasi ein vollständiger Satz. Iclawbrain kinasa, kinasa. Oh, Digga. Oh! Oh! Das war der erste, ne? Ne, der zweite. Der dritte. Oh mein Gott. Der vierte. Nein, jetzt holt Max los. Jetzt holt Max los. Jetzt holt Max los. Fünfte. Neun! 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 Es bleibt sich jetzt! Es bleibt sich jetzt! Es bleibt sich jetzt! Es bleibt sich jetzt! Nein! Ah! Ich hab sogar noch zwei Leben, oder? Wenn du jetzt stirbst, hast du noch eins, ja. Du hast Blitzschlag. Sieben. Was, Digga? Wie konnte er mich da outgauen? Sieben. 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 Okay, jetzt sehen wir die ABC-Streak mit. Es ist ja eh nichts. Warum? Oh! 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 Komm, Digga, 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 Digga. Das wird jetzt mein Part. Komm. Sieben. Ich muss jetzt acht Kills machen. Marcel, lies nebenbei gediegen meine Nachrichten auf jeden Fall. Ist das dein Handy? Ja. Das ist Marcel Nogges, Digga. Marcel Nogges. Eins und zwei. Hä? Was, Digga? Das kommt wie ein Großkaliber. Boah, Digga. Ich komm noch einmal dran, Digga. Ja, ich weiß. Was? Der Typ ist der neue Griffin, Alter. Hat bestimmt so einen NASA-PC. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ja, da ist er da. Der hole geht jetzt. Nein! Hauptlauht. Timm mir eine Dänen drauf. Wo ist denn? Wo ist denn? Hinter mir... Die werden gleich so sparen. Nein, 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 weg, 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 weg! Alter. Oh. Überlebenskünstler. Der steht da einfach. Da sind so viele, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab 3 gerade. Nein, lächerlich! Nein! 4, ne? Du hast 7, ok. Ich muss jetzt einfach 7 machen. Ja, aber die Gegner haben schon 91 Kills. Ja, ist egal, Digga. Ich mach das mit dem Tempest 7. Die können jetzt halt so choken, die Gegner und dann... Wenn du Slug hast, kannst du einen echt so absolut defeat mit dem Ding machen. Hey, du Hurensohn! Scheiße, Mann. Ja, 96. Das ist mein Verein, Alter. Ja, Digga. Ich muss jetzt ja so spielen. Ich hab insgesamt 2 Kills gemacht, ja. Ja. Ist halt lächerlich. 2 mal... Ja, wow, Digga. Egal. Perfekt. Ok, also halten wir fest. Erste Runde hab ich gewonnen. Zwei Runde Max. Auf jeden Fall Max. Ich würd sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ja, weil du die höchste Stringer hattest. Beim Handshake. Max gewonnen. Ich würd sagen, als Bestrafung trink ich jetzt hier auf jeden Fall einen Wasserflug. Boah, das ist hart, Digga. Ja. Also... Alter. Krass wie du's wegsteckst, Mann. Digga. Geht's dir gut, Digga. Geht's dir gut, Digga. Geht's dir gut. Ja, es geht mir noch gut, Digga. Aber ich merk schon, wie's... Es geht nicht. Es ist kein G-Tune. Es ist kein G-Tune. Kein G-Tune.